Hallo und herzlich willkommen meine Genossen, mein Name ist Dennis und heute will ich euch die Donnerkanone zeigen. Ja, die Donnerkanone ist eine spezielle Waffe und bekommt von mir eine Stärke von 10 und munitionsmäßig sieht es so aus, dass sie 2 zu 12 hat, also sie hat 2 Kugeln in einem Magazin und 12 für später. Das Nachladen muss man leider erzwingen, das heißt erst müssen diese 2 Schüsse weggeschossen werden, bevor man nachladen kann. Wenn man nur einen Schuss weggeschossen hat, wird das Nachladen einfach blockiert, also man muss das Nachladen erzwingen. Sie gehört natürlich zur Klasse der Wunderwaffen, ganz natürlich und ja, man bekommt sie bei Kino der Toten, Nacht der Untoten und Ascension. Das Gameplay geschieht hier auf Kino der Toten, wie man natürlich schon sehen kann und ja. Kosten, sie bekommt man nur in der Kiste, das heißt es entstehen Kosten von 950 Punkten, wenn man sie doch sofort bekommt und ja. Wichtig ist, dass diese Waffe ganze Trains tötet, also 24 Zombies tötet sie, wenn man sie gut angesammelt hat und wenn nicht, dann etwas weniger. Ja, kommen wir mal zur Zeus-Kanone. Sie bekommt von mir eine Stärke von 10+, was ich sehr sehr selten vergebe, aber der Waffe muss man es einfach geben. Sie gehört natürlich auch zum Typ der speziellen Waffen und hat eine Munition von 4 zu 24, was ich sehr cool finde. Man kann damit einige Zombies töten. Wie ich schon gehört habe, muss man in Runde 99 diese Waffe zweimal bekommen, also zweimal ungepanscht und zweimal gepanscht, um die komplette Runde zu wenden. Und ich finde, das ist ganz in Ordnung. Ja, wichtig ist auch bei dieser Waffe, dass die Schallwellen ein bisschen weiter gehen als die normalen, das heißt man tötet mehrere Zombies. Zwar nur 24, aber wenn weitere Zombies weiter hinten stehen, tötet man sie natürlich auch. Ja, das war es erstmal von meinem ersten Video auf meinem Kanal. Das soll ein neuer Anfang für mich sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein! Bye-bye!